Herzlich Willkommen Hier auf meinem Kanal, Geschichten für die Ewigkeit Ich hoffe doch, dass die ersten 10 Kapitel euch gefallen haben Heute gibt es Kapitel 11 bis 15 für euch Dann will ich auch nicht noch mehr reden und würde noch sagen Dass ich mich über ein Abo und ein Like freuen würde Dann geht es jetzt los mit dem Kapitel 11 bis 15, viel Spaß Elftes Kapitel Der Teufelsdaumen Während der Abwesenheit des Kommandanten hatten die Bootsleute verschiedene Arbeiten ausgeführt, sodass es nun dem Schiffe möglich war, sich dem Druck der Eisfelder zu entziehen Ken, Clifton, Bolton, Grippe, Simpson nahmen diese mühevolle Verrichtung vor Der Heizer und die beiden Maschinisten mussten sogar bei helfen, denn vom Augenblick an, wo ihr Dienst bei der Maschine nicht erforderlich war, wurden sie wieder Matrosen Und konnten als solche zu allen Dienstleistungen an Bord zugezogen werden Aber das geschah nicht ohne große Aufregung Ich erkläre, dass ich jetzt satt daran habe, sagte Penn, und wenn binnen drei Tagen der Eisbruch nicht eintritt, schwöre ich zu Gott, dass ich die Hände in den Schoß lege Die Hände in den Schoß legen, erwiderte Grippe, da wäre es doch besser, man brauchte sie, um rückwärts zu kommen Meinst du, wir hätten Lust, hier bis zum künftigen Frühjahr zu überwintern? Wahrhaftig, das wäre ein traurig Winterquartier, versetzte Plower, denn das Schiff ist nach allen Seiten hin schutzlos Und wer weiß, sagte Brunton, ob selbst im nächsten Frühjahr das Meer freier sein wird, als heute? Es handelt sich gar nicht um nächstes Frühjahr, entgegnete Penn, wir haben heute Donnerstag, wenn bis Sonntagfrüh die Bahn nicht frei ist, fahren wir rückwärts nach dem Süden Bravo, rief Clifton Seid ihr damit einverstanden? Fragte Penn Einverstanden, erwiderten die Kameraden Ganz recht, fuhr Waren fort, denn wenn wir der Gestalt arbeiten und das Schiff mit den Armen fortziehen müssen, so bin ich der Meinung, dass wir rückwärts ziehen Bis Sonntag wird sich das zeigen, sagte Wolsten Auf Befehl, fuhr Brunton fort, sind meine Öfen bald geheizt Ei, versetzte Clifton, die werden wir schon selbst heizen Wenn von den Offizieren einer, erwiderte Penn, sich das Vergnügen machen will, hier Winterquartier zu nehmen, steht es ihm frei, man wird ihn ruhig hier lassen Niemand wird ihn hindern, sich eine Schneehütte zu bauen, um als echter Eskimo darin zu leben Nichts von dem, Ken, entgegnete Brunton, wir dürfen keinen im Stich lassen, versteht ihr wohl, ihr anderen? Ich glaube übrigens, dass der Kommandant nicht schwer zu bestimmen sein wird, er sieht mir schon sehr beunruhigt aus, und wenn man ihm die Sache glimpflich beibringt Wohl zu verstehen, fuhr Plower fort, Richard Shenton ist ein harter und mitunter starkköpfiger Mann, man müsste ihm geschickt beikommen Wenn ich denke, versetzte Beuton mit sehnsüchtigem Seufzen, dass wir binnen einem Monat wieder in Liverpool sein können Über die Linie der Eisblöcke im Süden werden wir rasch hinaus sein Zu Anfang Juni wird die Davis-Straße frei zu passieren sein, und dann brauchen wir uns nur ins Atlantische Meer treiben zu lassen Dazu kommt noch, erwiderte der kluge Clifton, dass wir, wenn wir unter der Verantwortlichkeit des Kommandanten zurückkehren, unsere Anteile und Vergütungen unbeschmälert behalten Kämen wir aber allein heim, so wären wir derselben nicht ganz sicher Gut ausgeklügelt, sagte Plower, dieser verteufelte Clifton spricht, wie ein Finanzmann Nehmen wir uns in Acht, dass wir nichts mit den Herren von der Admiralität auseinanderzusetzen haben, das ist sicherer, und lassen wir niemand im Stich Aber wenn die Offiziere sich weigern, sich uns anzuschließen, versetzte Penn, der seine Kameraden zum Äußersten drängen wollte Eine so direkt gestellte Frage setzte etwas in Verlegenheit Das werden wir sehen, wenn die rechte Zeit dafür sein wird, versetzte Bolton, übrigens wird es hinreichen, Schänden für unsere Sache zu gewinnen, und ich denke, das wird nicht schwer sein Doch gibt es einen, den möchte ich hier lassen, sagte Penn fluchend, und sollte er mir auch einen Arm fressen Ah, den Hund, sagte Plower Ja, den Hund, und ich werde bald mit ihm fertig sein Umso lieber, versetzte Clifton mit Beziehung auf sein Lieblingsthema, als der Hund an all unserem Unglück schuld ist Er hat uns behext, sagte Plower Er hat uns in das Eis hineingeschleppt, erwiderte Gripper Er hat uns, entgegnete Wolsten, mehr Eisblöcke in den Weg geschafft, als man je zu dieser Zeit gesehen hat Er hat mir die Augen krank gemacht, sagte Brunton Er hat uns den Gin und Brandwein entzogen, versetzte Penn Er ist an allem schuld, riefen sie alle zusammen Und dazu noch, erwiderte Clifton, ist er der Kapitän Jawohl, Unglückskapitän, schrieb Penn, dessen unsinniger Zorn sich durch die eigenen Worte steigerte Du hast gerne hierher gewollt, sollst auch hierbleiben Aber wie fangen wir ihn? sagte Plower Ei, nun ist gute Gelegenheit dafür, erwiderte Clifton Der Kommandant ist nicht an Bord, der Lieutenant schläft in seiner Kabine Der Nebel ist dicht genug, dass Johnson uns nicht wahrnehmen kann Aber der Hund schrie Stift Der schläft oben neben der Kohlenkammer, erwiderte Clifton Und wenn man Lust hat Ich übernehme es, versetzte Penn wütend Nimm dich in Acht, Penn Er hat Zähne, die können Eisenstangen zerbeißen Rührte sich, so steche ich ihn in den Bauch, entgegnete Penn und zückte sein Messer Und er stürzte in das Zwischendeck, waren ihm nach, um ihm dabei zu helfen Bald kamen sie miteinander zurück und schleppten das Tier in den Armen, die Schnauze und Pfoten gekniebelt Sie hatten ihn im Schlaf überrascht, und der unglückliche Hund konnte ihnen nicht mehr entrinnen Hurra für Penn Trauer, Plover Und jetzt, was willst du mit ihm anfangen? Fragte Clifton Ins Wasser werfen, und wenn er je wieder kommt, versetzte Penn mit wüstem Lachen der Befriedigung 200 Schritte vom Schiff entfernt war ein Robbenloch, eine kreisrunde Öffnung, wie sie diese Tiere mit ihren Zähnen machen und stets von innen aus nagend offen halten Durch dieselbe ist der Robbe imstande, an der Oberfläche Luft zu schöpfen Aber er muss sorgfältig verhindern, dass dieselbe nicht oben wieder zufriert, denn die Beschaffenheit seiner Kinnlade macht ihm unmöglich, das Loch von außen nach innen zu erneuern Und im Moment der Gefahr könnte er seinen Feinden nicht entrinnen Penn und Waren gingen mit dem Hund zu dieser Öffnung und warfen ihn, so arg er zappelte und dagegen wehrte, unbarmherzig ins Meer Darauf wälzten sie einen gewaltigen Eisberg über das Loch, um dem Tier den Ausgang zu schließen, dass es nimmer wieder komme Gute Reise, Kapitän, rief der brutale Matrose Gleich darauf kehrten Penn und Waren wieder an Bord zurück Johnson hatte gar nichts davon gemerkt, der Nebel um das Schiff herum war dichter und es begann wieder heftig zu schneien Eine Stunde nachher erschienen auch Richard Shenton, der Doktor und Gary wieder auf dem Vorwart Shenton hatte in nordöstlicher Richtung ein Fahrwasser bemerkt, welches er zu benutzen beschloss Demnach erteilte er seine Befehle, die Mannschaft gehorchte mit einer gewissen Rührigkeit Sie wollte Shenton die Unmöglichkeit weiter zu dringen begreiflich machen und zudem hielt sie sich noch drei Tage zum Gehorsam verbunden Während eines Teiles der Nacht und des folgenden Tages wurde die Sägearbeit und das Ziehen des Schiffes eifrig fortgesetzt Der Vorwart kam ungefähr zwei Meilen weiter nordwärts Am 18. befand er sich in der Nähe des Landes, fünf bis sechs Kabellängen von einem sonderbar gestalteten Pick Dem Mann seine auffallenden Form wegen dem Namen Teufelsdormen gegeben hatte An derselben Stelle waren im Jahre 1851 der Prinz Albert und 1853 Kaue mit dem Advance mehrere Wochen lang ununterbrochen stecken geblieben Die seltsame Gestalt des Teufelsdormens, die öde und verlassene Umgebung, ringsung ungeheurer Eisberge, manche über 300 Fuß hoch, das Krachen der Eisberge Welches unheimlicherweise im Echo widerhalte, alles machte die Lage des Vorwärts erschrecklich traurig Schenden begriff, dass er ihn von da wegbringen und weiterführen müsse 24 Stunden nachher, seiner Schätzung nach, konnte er um etwa zwei Meilen von dieser unheimlichen Küste wegkommen Aber das war nicht alles Schenden fühlte sich von Furcht befangen Und die falsche Stellung, worin er sich befand, lähmte seine Tatkraft Um seinen Instruktionen nach vorwärts zu dringen, hatte er sein Schiff in eine außerordentlich gefährliche Lage versetzt Das Schiffsziehen brachte die Leute gänzlich herab Man brauchte über drei Stunden, um einen 20 Fuß langen Kanal in ein Eis zu hauen, das vier bis fünf Fuß dick war Der Gesundheitszustand der Mannschaft drohte schon schlimmer zu werden Schenden staunte über das Schweigen der Leute und ihre ungewöhnliche Hingebung, aber er besorgte, es möchte dies der Vorbote eines nahen Sturmes sein Man kann sich demnach die peinliche Überraschung, die Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit vorstellen, welche ihn befiel, als er wahrnahm Das infolge einer unmerklichen Bewegung des Eisfeldes der Vorwart während der Nacht des 18 Zum 19. wieder alles verlor, was er durch so viele Strapazen gewonnen hatte Am Samstagmorgen befand er sich wieder im Angesicht des Teufels Daumens, der stets drohte, und in einer noch bedenklicheren Lage Die Eisberge wurden häufiger und fuhren Phantomen gleich im Nebel vorüber Schenden war vollständig entmutigt Offen gesagt, der Schrecken drang in das Gemüt dieses unverzagten Mannes und in die Herzen seiner Mannschaft Schenden hatte vom Verschwinden des Hundes Reden gehört, aber er wagte nicht die Schuldigen zu strafen Er musste fürchten einen Aufruhr hervorzurufen Das Wetter war diesen Tag über erschrecklich, dicht aufgewirbelter Schnee umhüllte die Brigg mit einem undurchdringlichen Schleier Bisweilen, unter Einwirkung des Sturmwetters, teilte sich der Nebel, und das Auge sah mit Schrecken auf der Landseite den Teufelsdaumengespensterartig emporragen Der Vorwart ankerte sich fest an einen ungeheuren Eisblock, weiter konnte er nichts tun, nichts versuchen Die Dunkelheit nahm zu, sodass der Mann am Steuer den Wachposten am Vorderteil nicht sehen konnte Schenden zog sich, unablässig beängstigt, in seine Kabine zurück, der Doktor ordnete seine Reisenotizen Von der Mannschaft war die Hälfte auf dem Verdeck geblieben, die anderen befanden sich im gemeinschaftlichen Saal In einem Moment, wo der Sturm Ärger tobte, schien der Teufelsdaumen mitten im zerrissenen Nebel über die Maßen hoch zu ragen Großer Gott! schrie Simpson und wich voll Schrecken zurück Was gibt es, sagte Fokker Nun rief es auf allen Seiten Er wird uns zerschmettern Wir sind verloren Herr Wall! Herr Wall! Es ist alles aus! Kommandant, Kommandant! So schrien die Leute von der Wache zusammen Wall stürzte auf das Hinterkastell, Schenden in Begleitung des Doktors eilte auf das Verdeck und schaute Mitten durch die Spalten des Nebels schien der Teufelsdaumen plötzlich näher bei der Brick, er schien fantastisch vergrößert An seiner Spitze erhob sich ein zweiter Kegel, umgekehrt und aus seiner Spitze sich drehend Er drohte mit seiner ungeheuren Masse das Schiff zu zertrümmern Er wankte, drohte zu fallen, ein Anblick zum Entsetzen Jeder wich unwillkürlich zurück, und einige Matrosen verließen das Schiff, eilten auf das Eis Keiner rühre sich vom Platz Rief der Kommandant in strengem Ton jeder an seinen Posten Meine Freunde, haben Sie doch keine Angst, sagte der Doktor, es ist keine Gefahr Sehen Sie, Kommandant, sehen Sie, Herr Wall, es ist eine Luftspiegelung, nichts weiter Sie haben Recht, Herr Klaboni, versetzte Meister Johnson, die Leute haben sich aus Unwissenheit durch ein Luftgebilde ängstigen lassen Auf die Worte des Doktors waren die meisten der Matrosen herbeigekommen, und ihre Furcht verwandelte sich in Bewunderung dieses merkwürdigen Phänomens, welches als bald erlosch Sie nennen das Luftspiegelung Sagte Clifton, nun, der Teufel steckt doch etwas darinnen, ihr könnt mir's glauben Ganz gewiss, erwiderte ihm Grippe Aber als sich der Nebel ein wenig zerquiftete, erblickte der Kommandant eine große und freie Fahrstraße, die er nicht vermutet hatte Er beschloss unverzüglich diesen günstigen Pfeil zu benutzen Die Leute wurden auf beiden Seiten des Fahrwassers aufgestellt, es wurden ihnen starke Taue gereicht, und sie begannen das Schiff in nördlicher Richtung zu ziehen Stundenlang wurde dieses Manöver eifrig, obwohl schweigend, ausgeführt, Schenten hatte die Öfen heizen lassen, um den glücklicherweise entdeckten Kanal zu benutzen Es ist ein günstiger Zufall, sagte er zu Johnson, und wenn wir nur einige Meilen noch vorwärts kommen können, werden wir vielleicht am Ende unserer Mühsal sein Herr Brunton, heizen Sie stärker, und sobald der Dampf hinreichend sein wird, lassen Sie mich es wissen Wenn inzwischen unsere Leute wieder mehr Mut gewinnen, ist das ein ebenso großer Gewinn Sie eilen sich, vom Teufelsdamen wegzukommen Nun, so benutzen wir diese gute Stimmung Auf einmal wurde der Zug der Brick plötzlich gehemmt Was gibt es? Fragte Schenten Wall, sind unsere Schlepptaue zerrissen? Nein, Kommandant, erwiderte Wall, indem er sich über das Geländer neigte Pio, da kommen unsere Leute zurück, klettern auf das Schiff, sie scheinen von einem sonderbaren Schrecken befallen Was gibt es denn? rief Schenten, auf das Vorderteil stürzend Ein Bord An Bord, schrien die Matrosen in ärgstem Schrecken Schenten blickte nach Norden hin, und Schaudern befiel ihn wieder Willen Ein seltsames Tier, mit sprühender Zunge und riesenhaftem Schwund, sprang mit grässlichen Bewegungen eine Kabellänge vom Schiff entfernt Es schien über 20 Fuß hoch zu sein, mit struppig starrenden Haaren Es verfolgte die Matrosen und stürzte auf sie zu, während es mit furchtbarem, zehn Fuß langem Schwanz den Schnee fegte und in dichten Wirbeln aufregte Beim Erblicken eines solchen Ungeheuers wurden auch die Unverzeigtesten von eisigem Schrecken befallen Es ist ein Der sagte der Eine Es ist der Wehrwolf Der Löwe in der Apokalypse Schenten holte eiligst aus seiner Kabine einen stets geladenen Revolver Der Doktor griff rasch zu seiner Waffe, um auf das Tier zu feuern, dessen Größe an die Vierfüßler der Urzeit erinnerte Es kam mit ungeheuern Sprünnen näher Schenten und der Doktor feuerten zugleich, und es zeigte sich plötzlich durch die Erschütterung der Luftschichten eine unerwartete Wirkung Als der Doktor genau hinsah, konnte er nicht umhin, laut aufzulachen Die Strahlenbrechung sagte er Die Strahlenbrechung, rief Schenten Aber dazwischen fürchterliche Angstrufe aus der Mannschaft Der Hund rief Clifton Der Kapitän Hund wiederholten seine Kameraden Er ist es rief Penn, immer noch der Hund Es war wirklich der Hund, dem es gelungen war, seine Bande zu zerreißen und durch eine andere Öffnung wieder auf die Oberfläche des Eisfeldes zu gelangen In diesem Augenblick war durch die Refraktion einer unter diesen Breitegraden gewöhnliche Erscheinung, seine Gestalt in furchtbaren Verhältnissen angewachsen Diese Täuschung war zwar durch die Lufterschütterung beseitigt, aber es blieb doch eine schlimme Wirkung auf die Gemüter der Matrosen, welche wenig fähig waren Die Erklärung der Setsache aus rein physischen Gründen gelten zu lassen Das Abenteuer des Teufels Daumens, das Wiedererscheinen des Hundes unter so fantastischen Umständen, machten sie vollends in ihrer Haltung irre, und lautes Murren ließ sich auf allen Seiten hören Zwölftes Kapitel Der Kapitän hatte Ras Der Vorwärts drang mit Dampfeskraft zwischen den Eisfeldern und Eisbergen rasch vorwärts Johnson hielt selbst das Steuer Schenten untersuchte mit seiner Schneebrille den Horizont, aber seine Freude dauerte nicht lange, denn er erkannte bald, dass man am Ende des Fahrpasses sich rings von Bergen umgeben fand Doch zog er den Schwierigkeiten einer Umkehr das Missliche einer Fortsetzung der Fahrt vor Der Hund lief auf der Eisfläche hinter der Brick her, aber in ziemlicher Entfernung Da hörte man, wenn er zurückblieb, ein eigentümliches Pfeifen, worauf er sogleich zurückkehrte Als sich dies Pfeifen zum ersten Mal hören ließ, sahen sich die Matrosen um, sie waren allein auf dem Verdeck und berieten zusammen, kein Fremder, kein Unbekannter Und doch vernahm man das Pfeifen noch einige Mal Clifton ward zuerst unruhig Hören Sie? sagte er, und sehen Sie, wie das Tier springt, wenn es Pfeifen hört Das ist ganz unglaublich, erwiderte Gripper Jetzt sind wir fertig Rief Stift, weiter gehe ich nicht Penn hat recht, versetzte Brunton, das heißt Gott versuchen Den Teufel versuchen, erwiderte Clifton Lieber geb ich meinen ganzen Teil an der Prämie hin, als dass ich noch einen Schritt weiter gehe Wir kommen nicht wieder zurück, sagte Bolton niedergeschlagen Die Mannschaft war im höchsten Grade entmutigt Nicht einen Schritt weiter Rief Wolsten, seid ihr einverstanden? Ja, ja Erwiderten die Matrosen Nun denn, sagte Bolton, so gehen wir zum Kommandanten, ich übernehme es mit ihm zu reden Die Matrosen gingen in dichten Haufen aufs Hinterdeck zu Der Vorwirt kam eben an eine große kreisrunde Stelle von etwa 800 Fuß Durchmesser, sie war vollständig rings versperrt, mit Ausnahme des einzigen Auswegs, welchen man gekommen war Schenden begriff, dass er sich selbst eingesperrt hatte Aber was nun anfangen? Wie zurückkehren? Er fühlte seine ganze Verantwortlichkeit, es ballte sich ihm die Faust Der Doktor schaute mit gekreuzten Armen, ohne ein Wort vorzubringen Er sah die Eiswände an, deren Höhe durchschnittlich 300 Fuß betragen mochte Dichter Nebel lagerte über diesem Abgrund In diesem Augenblick redete Bolton den Kommandanten an Kommandant, sprach er mit bewegter Stimme, wir können nicht weiter Das sagt ihr? Erwiderte Schenden, dem der Zorn über die Verletzung seiner Autorität ins Angesicht stieg Wir erklären, Kommandant, fuhr Bolton fort, dass wir für den unsichtbaren Kapitän genug geleistet haben und wir sind entschlossen, nicht weiter vorwärts zu gehen Sie sind entschlossen, rief Schenden So sprechen Sie, Bolton? Hüten Sie sich! Ihre Drohung macht nichts aus, erwiderte Penn brutal, wir gehen nicht weiter Schenden ging auf die empörten Matrosen zu, als der Rüstmeister leise zu ihm sagte Kommandant, wenn wir wieder von hier heraus wollen, haben wir keinen Augenblick zu verlieren Da schwimmt ein Eisberg zu dem Fahrpass hin, der kann uns ganz absperren Schenden untersuchte nochmals die Lage Sie werden mir später ihr Verhalten verantworten, sagte er zu den Aufrührern Inzwischen, das Schiff gewendet Die Matrosen eilten an ihre Posten Der Vorwirt wendete rasch, die Öfen wurden stärker geheizt, es galt dem schwimmenden Berg zuvor zu kommen Es war eine Wettfahrt zwischen der Brigg und dem Eisberg, die erstere eilte südlich, um hinauszukommen, der letztere trieb nordwärts, den Weg zu versperren Heizen, heizen! rief Schenden, mit vollem Dampf Brunton, verstehen Sie Der Vorwirt glitt rasch, wie ein Vogel zwischen den zerstreuten Eisblöcken durch, welche sein Vorderteil rasch durchschnitt Die Schraube wirkte, dass der Rumpf des Schiffes zitterte, und das Manometer zeigte eine äußerste Spannung des Dampfes, der zum Betäuben laut pfiff Die Klappen beschwert, rief Schenden Der Maschinist gehorchte, auf die Gefahr hin, das Schiff in die Luft zu sprengen Doch waren diese verzweifelten Anstrengungen vergebens, der Eisberg, von einer unterseeischen Strömung getrieben, kam zuvor Die Brigg war noch drei Kabellängen entfernt, als der Eisberg wie ein Keil in den freien Pass eindrang und jeden Ausweg sperrte Jetzt sind wir verloren rief Schenden, dem das unvorsichtige Wort entschlüpfte Verloren, rief die Mannschaft Rette sich, wer kann Sagten die einen Die Bote ins Meer Riefen andere In die Vorratskammer Schrien Penn und andere seines Gelichters Sollen wir ersaufen, so wollen wir es im Dschinn Alle Zügel rissen, die Unordnung stieg auf das Höchste Schenden fühlte sich übermeistert Er wollte kommandieren, stammelte, stockte, sein Gedanke konnte nicht Worte finden Der Doktor ging voll Unruhe auf und ab Johnson kreuzte mit stuischem Schweigen die Arme Da ließ sich plötzlich eine starke, energische, gebieterische Stimme vernehmen mit dem Ruf Jeder an seinen Posten Rasch gewendet Johnson gehorchte zitternd, ohne sich zu besinnen ließ er eiligst das Rad des Steuers drehen Es war hohe Zeit, die Brick war im Begriff, mit aller Kraft wieder die Wände prallend, zu scheitern Aber, während Johnson instinktmäßig Folge leistete, eilten Schenden, Klaboni, die gesamte Mannschaft bis auf den Heizer waren und den Neger Strong aufs Verdeck Und alle sahen aus der Kabine Dessen Schlüssel allein im Besitz des Kapitäns war, einen Mann heraustreten Dieser Mann war der Matrose Gary Gary! rief Schenden erbleichend, sie Was haben sie für Recht hier zu kommandieren? Zwölftes Kapitel Der Kapitän hatte Ras Der Vorwart drang mit Dampfeskraft zwischen den Eisfeldern und Eisbergen rasch vorwärts Johnson hielt selbst das Steuer Schenden untersuchte mit seiner Schneebrille den Horizont, aber seine Freude dauerte nicht lange, denn er erkannte bald, dass man am Ende des Fahrpasses sich rings von Bergen umgeben fand Doch zog er den Schwierigkeiten einer Umkehr das Missliche einer Fortsetzung der Fahrt vor Der Hund lief auf der Eisfläche hinter der Brick her, aber in ziemlicher Entfernung Da hörte man, wenn er zurückblieb, ein eigentümliches Pfeifen, worauf er sogleich zurückkehrte Als sich dies Pfeifen zum ersten Mal hören ließ, sahen sich die Matrosen um, sie waren allein auf dem Verdeck und berieten zusammen, kein Fremder, kein Unbekannter Und doch vernahm man das Pfeifen noch einige Mal Clifton ward zuerst unruhig Hören Sie? Sagte er, und sehen Sie, wie das Tier springt, wenn es Pfeifen hört Das ist ganz unglaublich, erwiderte Gripper Jetzt sind wir fertig Briefstift, weitergehe ich nicht Penn hat recht, versetzte Brunton, das heißt Gott versuchen Den Teufel versuchen, erwiderte Clifton Lieber geb ich meinen ganzen Teil an der Prämie hin, als dass ich noch einen Schritt weitergehe Wir kommen nicht wieder zurück, sagte Bolton niedergeschlagen Die Mannschaft war im höchsten Grade entmutigt Nicht einen Schritt weiter Rief Wolsten, seid ihr einverstanden? Ja, ja, erwiderten die Matrosen Nun denn, sagte Bolton, so gehen wir zum Kommandanten, ich übernehme es mit ihm zu reden Die Matrosen gingen in dichten Haufen aufs Hinterdeck zu Der Vorwirt kam eben an eine große Kreisrundestelle von etwa 800 Fuß Durchmesser Sie war vollständig rings versperrt, mit Ausnahme des einzigen Auswegs, welchen Mann gekommen war Schenden begriff, dass er sich selbst eingesperrt hatte Aber was nun anfangen? Wie zurückkehren? Er fühlte seine ganze Verantwortlichkeit, es ballte sich ihm die Faust Der Doktor schaute mit gekreuzten Armen, ohne ein Wort vorzubringen Er sah die Eiswände an, deren Höhe durchschnittlich 300 Fuß betragen mochte Dichter Nebel lagerte über diesem Abgrund In diesem Augenblick redete Bolton den Kommandanten an Kommandant, sprach er mit bewegter Stimme, wir können nicht weiter Das sagt ihr? Erwiderte Schenden, dem der Zorn über die Verletzung seiner Autorität ins Angesicht stieg Wir erklären, Kommandant, fuhr Bolton fort, dass wir für den unsichtbaren Kapitän genug geleistet haben, und wir sind entschlossen, nicht weiter vorwärts zu gehen Sie sind entschlossen, rief Schenden So sprechen Sie, Bolton? Hüten Sie sich! Ihre Drohung macht nichts aus, erwiderte Penn brutal, wir gehen nicht weiter Schenden ging auf die empörten Matrosen zu, als der Rüstmeister leise zu ihm sagte Kommandant, wenn wir wieder von hier heraus wollen, haben wir keinen Augenblick zu verlieren Da schwimmt ein Eisberg zu dem Fahrpass hin, der kann uns ganz absperren Schenden untersuchte nochmals die Lage Sie werden mir später ihr Verhalten verantworten, sagte er zu den Aufrührern Inzwischen, das Schiff gewendet Die Matrosen eilten an ihre Posten Der Vorwirt wendete rasch, die Öfen wurden stärker geheizt, es galt dem schwimmenden Berg zuvor zu kommen Es war eine Wettfahrt zwischen der Brigg und dem Eisberg, die erstere eilte südlich, um hinauszukommen, der letztere trieb nordwärts, den Weg zu versperren Heizen, heizen Rief Schenden, mit vollem Dampf Brunton, verstehen Sie Der Vorwirt glitt rasch, wie ein Vogel zwischen den zerstreuten Eisblöcken durch, welche sein Vorderteil rasch durchschnitt Die Schraube wirkte, dass der Rumpf des Schiffes zitterte, und das Manometer zeigte eine äußerste Spannung des Dampfes, der zum Betäuben laut pfiff Die Klappen beschwert, rief Schenden Der Maschinist gehorchte, auf die Gefahr hin, das Schiff in die Luft zu sprengen Doch waren diese verzweifelten Anstrengungen vergebens, der Eisberg, von einer unterseeischen Strömung getrieben, kam zuvor Die Brick war noch drei Kabellängen entfernt, als der Eisberg wie ein Keil in den freien Pass eindrang und jeden Ausweg sperrte Jetzt sind wir verloren Rief Schenden, dem das unvorsichtige Wort entschlüpfte Verloren, rief die Mannschaft Rette sich, wer kann Sagten die einen Die Bote ins Meer Riefen andere In die Vorratskammer Schrien Penn und andere seines Gelichters Sollen wir ersaufen, so wollen wir es im Gin Alle Zügel rissen, die Unordnung stieg auf das Höchste Schenden fühlte sich übermeistert, er wollte kommandieren, stammelte, stockte, sein Gedanke konnte nicht Worte finden Der Doktor ging voll Unruhe auf und ab Johnson kreuzte mit stuischem Schweigen die Arme Da ließ sich plötzlich eine starke, energische, gebieterische Stimme vernehmen, mit dem Ruf Jeder an seinen Posten Rasch gewendet Johnson gehorchte zitternd, ohne sich zu besinnen ließ er eiligst das Rad des Steuers drehen Es war hohe Zeit, die Brick war im Begriff, mit aller Kraft wieder die Wände prallend, zu scheitern Aber, während Johnson instinktmäßig Folge leistete, eilten Schenden, klar Bonny, die gesamte Mannschaft bis auf den Heizer waren und den Neger Strong aufs Verdeck und alle sahen aus der Kabine Dessen Schlüssel allein im Besitz des Kapitäns war, einen Mann heraustreten Dieser Mann war der Matrose Gary Gary! rief Schenden erbleichend, sie Was haben sie für Recht hier zu kommandieren? Duke, rief Gary, und wiederholte das Pfeifen, welches der Mannschaft so sehr aufgefallen war Als der Hund seinen wahren Namen vernahm, sprang er mit einem Satz auf das Hinterdeck und legte sich ruhig zu den Füßen seines Herrn Die Mannschaft ließ keinen Laut vernehmen Dieser Schlüssel, welchen allein der Kapitän des Vorwärts in Händen haben konnte, dieser Hund, welchen er geschickt und der eben sozusagen sein Persönlichkeit beurkundet hatte Dieser Befehlshaber-Ton, den man unmöglich verkennen konnte, alles dies machte einen mächtigen Eindruck auf die Matrosen und genügte, Gares Autorität festzustellen Übrigens war Gary nicht mehr kenntlich Er hatte den breiten Backenbart, welcher sein Gesicht umrahmte, abgelegt, und umso mehr traten seine leidenschaftslosen Züge voll Tatkraft und Befehlshaberwürde ins Licht Er trat auf in seiner Standeskleidung mit den Abzeichen des Kommandanten So wurde denn auch die Mannschaft des Vorwärts wieder Willen fortgerissen und rief einstimmig Hurra! Hurra! Hurra für den Kapitän! Schenden, sprach dieser zu seinem Stellvertreter, lassen Sie die Mannschaft sich aufstellen, ich will Musterung halten Schenden gehorchte und gab mit bewegter Stimme seine Befehle Der Kapitän trat vor seine Offiziere und Matrosen und sprach zu jedem, was seinem bisherigen Verhalten gemäß passend war Hierauf stieg er auf die Kompanie und sprach in ruhigem Ton die folgenden Worte Offiziere und Matrosen, ich bin Engländer, wie Sie auch, und mein Wahlspruch ist der des Admirals Nelson England erwartet von jedem, dass er seine Pflicht erfülle Als Engländer will ich nicht, wollen wir nicht, dass kühnere Männer dahin dringen, wohin wir nicht vermocht hätten Als Engländer will ich nicht, wollen wir nicht geschehen lassen, dass andere den Ruhm davon tragen, weiter nach dem Norden zu dringen Wenn jemals eines Mannes Fuß das Polarland betreten darf, so muss das der Fuß eines Engländers sein Hier ist die Flagge Englands Ich habe dieses Schiff ausgerüstet, ich habe mein Vermögen an das Unternehmen gesetzt und will mein Leben und das Eurige dafür einsetzen, aber diese Flagge soll am Nordpol wehen Lassen Sie es an Zuversicht nicht fehlen 1000 Pfund Sterling sind euch für jeden Grad zugesagt, welchen wir von heute an weiter nördlich vordringen Jetzt sind wir unterm 72. und es sind 90 Grad Nun rechnet Mein Name wird Ihnen übrigens eine Bürgschaft sein, Energie und Patriotismus sind ihm eigen Ich bin der Kapitän Hatteras Der Kapitän Hatteras, rief Schenten Dieser Name war unter den englischen Seeleuten wohl bekannt Die Mannschaft vernahm ihn mit stillem Respekt Jetzt, vor Hatteras fort, soll man die Brick an die Eisblöcke festankern, die Feuer ausgehen lassen, und jeder gehe an sein gewöhntes Tagewerk Schenten Schenten, ich habe mit Ihnen über die Schiffsangelegenheiten zu reden Kommen Sie nebst dem Doktor, Wall und dem Rüstmeister zu mir in meine Kabine Johnson, lassen Sie die Leute auseinander gehen Hatteras, kaltblütig und kühl, stieg ruhig vom Hinterdeck herab, während Schenten die Brick festankern ließ Wer war denn dieser Hatteras, und weshalb machte sein Name einen so tiefen Eindruck auf die Mannschaft? John Hatteras, der einzige Sohn eines Brauers zu London, der im Jahre 1852 im Besitze von 6 Millionen starb, widmete sich noch in jungen Jahren, trotz des glänzenden Vermögens Das er erben sollte, dem Seewesen Nicht der Handelsberuf führte ihn dazu, sondern sein Herz war vom Trieb nach geografischen Entdeckungen durchdrungen Er sang unablässig darauf, seinen Fuß dahin zu setzen, wohin noch kein Mensch gedrungen war Bereits 20 Jahre alt besaß er die kräftige Leibesbeschaffenheit magerer und sanguinischer Menschen Energische Gesichtszüge mit geometrisch bestimmten Linien, hohe Stirn senkrecht auf der Ebene schöner, aber kalter Augen, feine Lippen eines wortkargen Mundes, mittlerer Statur Fester Gliederbau mit eisernen Muskeln gaben das Gesamtbild eines Mannes von erprobtem Charakter Sein Aussehen verriet Kühnheit, sein Ton kühle Leidenschaft, unbeugsam, nie zurückzuweichen fähig, war er bereit, das Leben anderer mit gleicher Überzeugung wie das seinige auf das Spiel zu setzen Es galt daher zweimal zu überlegen, ehe man sich zur Teilnahme an seinen Unternehmungen entschloss Den Stolz des Engländers besaß er im höchsten Grade Als in seiner Gegenwart ein Franzose mit vermeintlicher Höflichkeit und Selbstliebenswürdigkeit sagte Wäre ich nicht Franzose, so möcht ich Engländer sein, so erwiderte Hatteras Wäre ich nicht Engländer, so möcht ich Engländer sein Über alles ging ihm der Wunsch, den Ruhm geografischer Entdeckungen seinen Landsleuten allein zu wahren Aber zu seinem großen Missfallen hatten diese im Laufe der früheren Jahrhunderte in Hinsicht auf Entdeckungen wenig geleistet Die Entdeckung Amerikas verdankte man dem Genüsen Christoph Kolumbus, Indiens dem Portugiesen Vasco de Gama, Chinas dem Portugiesen Fernandandrada, der Feuerlande dem Portugiesen Magelhahn Kanadas dem Franzosen Jacques Cartier Die Sunderinseln, Labrador, Brasilien, das Kap der guten Hoffnung, die Azoren, Madeira, Newfoundland, Guinea, Kongo, Mexiko, Cap Blanco, Grönland, Island, die Südsee, Kalifornien, Japan, Kambodscha Peru, Kamtschatka, die Philippinen, Spitzbergen, das Kap Horn, die Beringstraße, Tasmanien, Neuseeland, Neubritannien, Neuholland, Louisiana, die Insel Jan Main, wurden von Isländern Skandinavirn, Russen, Portugiesen, Dänen, Spaniern, Genüsen, Holländern aufgefunden, aber kein einziger Engländer befand sich unter ihnen Für Hatteras zum Verzweifeln, dass seine Landsleute nicht dieser glorreichen Schar von Seefahrern angehörten Welchen man die großen Entdeckungen des 15. und 16. Jahrhunderts verdankte Die neueren Zeiten konnten Hatteras ein wenig trösten, die Engländer fanden doch eine Entschädigung an ihrem Stuart, Daniel Stuart, Burke, Wills, King, Gray in Australien Ein Palisier in Amerika, ein Cyril Graham, Wadington, Cummingham in Indien, ein Burton, Speke, Grant, Livingstone in Afrika Aber dies reichte nicht hin, nach Hatteras Ansicht waren die Leistungen dieser kühnen Reisenden viel mehr Vervollständigungen, als Entdeckungen, er strebte nach Besserem Er hatte bemerkt, dass, obwohl die Engländer nicht unter den älteren Entdeckern die Mehrzahl bildeten, und dass man bis auf Cook zurückgehen musste Um Neukaledonien und die Sandwich-Inseln zu bekommen, es doch eine entlegene Gegend des Erdballs gab, wo sie durch vereinte Bemühungen etwas geleistet hatten Die Entdeckungen der Polarlande übersieht man an dieser Zusammenstellung Entdeckt von im Jahr Die Insel Weigertsbarro 1556 Die Westküste Grönlands Devis 1585 Die Devis-Straße Devis 1587 Spitzbergen-Wiljuk B 1596 Die Hatzen bei Hatzen 1610 Die Bafins bei Bafin 1616 Während der letzteren Jahre sind Herner, McKenzie, John Ross, Perry, Franklin, Richardson, Beechy, James Ross, Beck, Dees, Somsen, Ray, Inglefield, Becher, Austin, Kellett, Moore, McClure Kennedy, McClintock unablässig mit der Durchforschung dieser unbekannten Gegenden beschäftigt gewesen Man hatte die Nordküsten Amerikas genau abgesteckt, die nordwestliche Durchfahrt fast entdeckt, aber das genügte nicht Mehr und Besseres zu leisten hatte John Hatteras bereits zweimal mit auf eigene Kosten ausgerüsteten Schiffen versucht Er wollte zum Pol selbst vordringen und so der Reihe der englischen Entdeckungen durch die glänzendste Unternehmung die Krone aufsetzen Nach dem Pol zu dringen, war für ihn Lebenszweck Nachdem Hatteras sehr schöne Reisen in die Südmeere gemacht, versuchte er zum ersten Mal im Jahre 1846 durch das Bafinsmeer weiter nördlich zu gelangen Aber er kam mit der Corvette Halifax nicht über den 74. Breitegrad hinaus Seine Mannschaft hatte schrecklich zu leiden, und John Hatteras trieb seine abenteuerliche Verwegenheit so weit, dass seitdem die Seeleute wenig Lust hatten Nochmals solche Unternehmungen unter einem solchen Führer vorzunehmen Doch gelang es ihm im Jahre 1850 auf der Gillette-Farrewell 20 entschlossene Männer durch hohe Lühnung zu gewinnen Bei dieser Gelegenheit hatte der Dr. Clarboni bei Hatteras, den er nicht kannte, nachgesucht, die Reise mitzumachen, aber die Stelle des Arztes war bereits besetzt, zum Glück für Clarboni Der Fahrewell schlug den Weg ein, welchen im Jahre 1817 der Neptun aus Aberdeen genommen hatte, und gelangte nördlich von Spitzbergen bis zum 76. Breitegrad Dort musste er überwintern, aber die Leiden waren so arg, und die Kälte so grimmig, dass nicht ein einziger von der Mannschaft nach England zurückkam, nur Hatteras ausgenommen Der nach einem Weg von mehr als 200 Meilen über die Eisfelder, von einem dänischen Wallfischfahrer heimgebracht wurde Die Rückkehr dieses einzigen Mannes machte ungeheures Aufsehen Wer sollte es von nun an wagen, sich an Hatteras bei seinen tollkühnen Unternehmungen anzuschließen Doch gab er die Hoffnung dafür nicht auf Sein Vater, der Brauer, starb und hinterließ ihm ein ungeheures Vermögen Inzwischen begab sich ein geografisches Ereignis, das John Hatteras aufs Peinlichste traf Der Kaufmann Grinnell hatte eine Brick, Latwands, mit 17 Mann unter dem Befehl des Dr. Kauer ausgerüstet und zur Aufsuchung des Sir John Franklin abgeschickt Und diese drang im Jahre 1853 durch das Barfinsmeer und den Smithson bis zum 82. Grad nördlicher Breite, näher zum Pol als irgendeiner seiner Vorgänger Das Schiff war aber ein amerikanisches, Grinnell und kein Amerikaner Natürlich ging im Herzen des Hatteras die Verachtung des Engländers gegen den Yankee in Hass über Er fasste den Entschluss, um jeden Preis seinen kühnen Nebenbuller zu übertreffen, bis an den Pol selbst zu dringen Er lebte seit zwei Jahren zu Liverpool in Cognito, in dem er für einen Matrosenguide Er erkannte in Richard Shenton den Mann, welchen er bedürfte, und machte ihm, sowie dem Dr. Klaboni in anonymen Briefen Anträge Der Vorwirt wurde erbaut, ausgerüstet, bemannt Hatteras hütete sich wohl, seinen Namen bekannt zu geben, sonst hätte er keinen einzigen Begleiter gefunden Daher entschloss er sich, das Kommando der Brick nur unter gebieterischen Umständen und wenn seine Mannschaft so weit sich eingelassen, um nicht mehr zurückzukommen, selbst zu übernehmen Er hatte, wie gesehen, den Rückhalt, seinen Leuten solche Geldanbietungen zu machen, dass nicht ein einziger sich weigern würde, ihn bis ans Ende der Welt zu begleiten Und das Ziel, wohin er strebte, war ja auch das Ende der Welt Nun waren kritische Umstände eingetreten, und Hatteras gab sich unverzüglich zu erkennen Sein Hund, der treue Duke, der Gefährte seiner Fahrten, war der erste, welcher ihn erkannte, und zum Glück für die Mutigen, zum Unglück für die Verzagten, wurde es gehörig festgestellt Dass John Hatteras der Kapitän des Vorwart war 13. Kapitel Des Kapitän Hatteras Pläne Die Erscheinung dieses kühnen Mannes machte auf die Mannschaft einen verschiedenen Eindruck, die einen schlossen sich enger an ihn an, sei es aus Kühnheit oder Geldliebe Andere ergaben sich drein, und behielten sich vor, später zu protestieren Übrigens schien es im Augenblick doch schwierig, einem solchen Manne Widerstand zu leisten Also begab sich jeder wieder an seinen Posten Der 20. Mai war Sonntag, für die Mannschaft ein Ruhetag Beim Kapitän fand eine Beratung der Offiziere statt, Hatteras, Schenten, Wall, Johnson und der Doktor bildeten die Versammlung Meine Herren, sagte der Kapitän in dem zugleich sanften und gebieterischen Ton, welcher ihm eigen war, mein Vorhaben, bis zum Pool zu dringen, ist Ihnen bekannt Ich wünschte Ihre Ansicht über diese Unternehmung zu hören Was halten Sie davon, Schenten? Es kommt mir nicht zu, Kapitän, erwiderte Schenten kalt, darüber zu denken, sondern zu gehorchen Hatteras wunderte sich nicht über die Antwort Richard Schenten versetzte er ebenso kalt, ich bitte, sich über unsere Aussichten auf Erfolg auszusprechen Nun, Kapitän, erwiderte Schenten, die Tatsachen sprechen an meiner Stadt Bis jetzt sind alle Versuche der Art gescheitert, ich wünsche, wir möchten besseren Erfolg haben Wir werden ihn haben Und Sie, mein Herr, was halten Sie davon? Ich meines Teils, sagte der Doktor, halte Ihren Plan für ausführbar, Kapitän Und da es klar am Tage liegt, dass die Seefahrer früher oder später einmal zum Nordpol gelangen werden, so sehe ich nicht ein, warum wir nicht so glücklich sein sollten Und es sind Gründe vorhanden zu glauben, dass eben uns dies Glück zuteil wird, erwiderte Hatteras Denn wir haben demnach unsere Maßregeln ergriffen und werden die Erfahrungen unserer Vorgänger benutzen Und in dieser Hinsicht sage ich Ihnen, Schenten, meinen Dank für die Sorgfalt, womit Sie die Ausrüstung betrieben haben Es sind zwar unter der Mannschaft einige schlimme Gesellen, ich werde sie aber zur Vernunft zu bringen wissen, aber im Ganzen hab ich sie nur dafür zu beloben Schenten machte eine kühle Verbeugung Er war in eine falsche Stellung gekommen, da er an Bord des Vorwärts das Kommando zu führen meinte Hatteras verstand ihn und setzte ihm nicht weiter zu Und sie, meine Herren, sprach er darauf zu Wall und Johnson, ich hätte keine Offiziere zur Mitwirkung finden können, die mir, wie sie, sich durch Mut und Erfahrung auszeichnen Wahrhaftig, Kapitän, ich bin Ihnen mit Leib und Seele ergeben, erwiderte Johnson, und obwohl mir Ihre Unternehmung etwas kühn vorkommt, können Sie doch bis aufs Äußerste auf mich bauen Und auf mich ebenfalls, sagte James Wall Ihren Wert, Herr Doktor, weiß ich zu schätzen So, da wissen Sie mehr, wie ich, erwiderte der Doktor lebhaft Jetzt, meine Herren, vor Hatteras fort, sollen Sie erfahren, auf welche unbestreitbare Tatsachen sich meine Behauptung stützt, dass wir am Pol anlangen werden Im Jahre 1817 kam der Neptun aus Eberdien im Norden von Spitzbergen bis zum 82. Grade Im Jahre 1826 fuhr der berühmte Paris nach seiner dritten Reise in die Polarmeere, ebenfalls vom Ende Spitzbergens aus mit Schlittenbarken bis 150 Meilen nordwärts Im Jahre 1852 drang der Kapitän Inglefield, im Smithsund bis zu 78 Grad 35, Breite Alle diese Schiffe waren englische und von Engländern kommandiert Nach einer Pause fuhr er fort Hinzufügen muss ich, dass im Jahre 1854 der Amerikaner Keen, Kommandant der Brick Advance, noch höher hinaufkam und sein Lieutenant Morton durch die Eisfelder vordringend Die Flagge der Vereinigten Staaten noch über den 82. Grad flattern ließ Auf dies werd ich nicht mehr zurückkommen Das aber ist wohl zu merken, dass die Kapitäne des Neptun, der Entreprise, der Isabelle, des Advance übereinstimmend berichtet haben Dass von diesen hohen Breitegraden an ein ganz eisfreies Becken des Polarmeeres existiere Eisfrei, rief Schenden unterbrechend Unmöglich Merken Sie wohl, Schenden, fuhr Hatteras ruhig fort, dass ich Ihnen Tatsachen anführe, gestützt auf Namen Ich füge weiter bei, dass, während der Kommandant Parry im Jahre 1851 am Ufer des Wellington-Kanals sich aufhielt, sein Lieutenant Stuart ebenfalls ein freies Meer antraf Und dass dieser besondere Umstand im Jahre 1853, während des Winteraufenthalts Sir Edward Belchers, in der Nordhumberland bei unter 76 Grad, 52, Breite und 99 Grad, 20, Länge bestätigt wurde Das sind unbestreitbare Tatsachen, die man gelten lassen muss, will man nicht unredlich sein Doch, Kapitän, fuhr Schenden fort, sind diese Tatsachen so sehr in Widerspruch Irrtung, Schenden, Irrtung Rief der Dr. Klabony, diese Tatsachen widersprechen keinem Satz der Wissenschaft, der Kapitän wird mir gestatten, es Ihnen auseinanderzusetzen Tun Sie das, Dr. Erwiderte Hatteras Nun, so hören Sie, Schenden Es ergibt sich sehr klar aus den geografischen Tatsachen und dem Studium der isothermen Linien, dass der kälteste Punkt der Erde nicht am Pol selbst sich befindet Gleich dem magnetischen Punkt liegt er einige Grad vom Pol ab So zeigen die Berechnungen Brewsters, Berghamms und einiger Physiker, dass auf unserer Hemisphäre zwei Kältepole existieren Der eine läge in Asien unter 79 Grad 30 nördlicher Breite und 120 Grad Länge Der andere in Amerika unter 78 Grad nördlicher Breite und 97 Grad westlicher Länge Dieser letztere geht uns an, und Sie sehen, Schenden, dass er mehr wie 12 Grad unterhalb des Pols liegt Nun frage ich Sie, warum sollte nicht am Pol das Meer ebenso eisfrei sein, als es im Sommer unter 66 Grad Breite sein kann, das heißt südlich der Baffin-Spy Das schieß vortrefflich auseinandergesetzt, erwiderte Johnson, Herr Klaboni redet von diesen Dingen als Mann vom Fach Das scheint möglich, versetzte James Weil Hirngespin steunt Vermutungen Bloß Hypothesen Erwiderte Schenden hartmäckig Nein, Schenden, vor Hatteras fort, nehmen wir die beiden Fälle in Betracht Entweder das Meer ist eisfrei, oder nicht, und mögen wir das eine annehmen, oder das andere, so kann uns nichts hindern, zum Pol zu gelangen Ist es frei, so wird uns der Vorwart leicht hinbringen, ist er von Eis umgeben, so führen wir es auf unseren Schilden aus Sie werden mir zugeben, dass dies nicht unausführbar ist, sind wir einmal mit unserer Brick bis zum 83. Grad gedrungen, so haben wir nur noch 600 Meilen bis zum Pol zu machen Und was wollen 600 Meilen bedeuten, sagte der Doktor lebhaft, wenn es man weiß, dass ein Kosake, Alexis Markov Auf dem Eismeer längs der Nordküste Russlands mit Schlitten von Hunden gezogen eine Strecke von 800 Meilen binnen 24 Tagen zurückgelegt hat Hören Sie das, Schenden, erwiderte Hatteras, und sagen Sie mir, ob die Engländer weniger zustande bringen, als ein Kosak? Nein, gewiss nicht, rief Hitzig der Doktor aus Nein, gewiss nicht, stimmte der Rüstmeister ein Nun, Schenden? fragte der Kapitän Kapitän, erwiderte Schenden kalt, ich kann nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, ich werde gehorsam leisten Gut, jetzt, fuhr Hatteras fort, denken wir an unsere gegenwärtige Lage, wir stecken im Eisefest, und es scheint mir unmöglich, dass wir noch dieses Jahr bis zum Smithsund dringen können Sehen Sie nun, was am besten zu tun ist Hatteras breitete auf dem Tische eine der trefflichen Karten aus, welche im Jahre 1859 auf Befehl der Admiralität herausgegeben wurden Wollen Sie mir gefällig folgen? Wenn uns der Smithsund versperrt ist, so ist es an der Westseite des Barfinsmeeres mit dem Lancaster-Sund nicht ebenso Meiner Ansicht nach müssen wir diesen bis zur Barrowstraße hinauffahren, und von da bis zur Insel Bichy, Segelschiffe haben diesen Weg hundertmal gemacht Mit einer Schraubenbrecke werden wir keine Schwierigkeiten haben Sind wir einmal bei der Bichy-Insel, so fahren wir den Wellington-Kanal so weit als möglich hinauf nordwärts bis zum Ausfluss des Fahrwassers Welches die Verbindung des Wellington-Kanals mit dem Kanal der Königin bildet, an eben der Stelle, wo man das Freimeer gewahrte Nun sind wir jetzt erst am 20. Mai, in einem Monat, wenn es gut geht, werden wir diesen Punkt erreicht haben, und von da aus dringen wir weiter nach dem Pool zu Was halten Sie davon, meine Herren? Offenbar, erwiderte Johnson, ist dies der einzige Weg, den wir zu nehmen haben Nun, so wollen wir ihn einschlagen, und gleich morgen Dieser Sonntag sei der Ruhe gewidmet, Sie werden dafür sorgen, Schenden, dass der Gottesdienst regelmäßig stattfindet Die Religion wirkt wohltätig auf den Geist, ein Seemann darf das Vertrauen auf Gott nicht verlieren Sie haben recht, Kapitän, erwiderte Schenden, und ging mit dem Lieutenant und dem Rüstmeister hinaus Doktor, sagte John Hatteras, und wies auf Schenden, das ist ein gedrückter Mann, den der Hochmut verdorben hat, ich kann nicht mehr auf ihn rechnen Am folgenden Morgen ließ der Kapitän in aller Frühe das Boot ins Meer bringen, und untersuchte die Eisberge des Beckens, welche nicht über 200 Jagd dick waren Er nahm sogar wahr, dass infolge eines allmähigen Druckes der Eisblöcke das Becken enger zu werden drohte Es wurde daher dringend mütig, eine Bresche zu schaffen, damit das Schiff nicht zwischen diesen Bergen, wie in einem Schraubstock, zertrümmert werde Aus den von John Hatteras angewendeten Mitteln sah man wohl, dass es ein energischer Mann war Er ließ fürs erste Stufen in die Eiswand hauen, und erstieg auf denselben den Gipfel eines Eisbergs Von da aus erkannte er, dass nach Südwesten leicht ein Ausgang zu Bahnen sein würde Auf seinem Befehl wurde fast in der Mitte des Berges eine Sprenggrube gemacht, eine Arbeit, die rasch vorgenommen, im Verlauf des Montags fertig wurde Hatteras konnte von seinen Sprengzylindern zu 8 und 10 Pfund Pulver keinen Gebrauch machen, weil bei solchen Massen ihre Wirkung unbedeutend gewesen wäre Sie waren nur zum Zersprengen der Eisfelder tauglich Er ließ daher 1000 Pfund Pulver in die Grube schaffen, und die Richtung der Explosion sorgfältig berechnen Eine lange, mit gut tappertscha umgebene Lunte führte aus dieser Mine nach außen Der zu der Grube führende Gang wurde mit Schnee und Eisstücken ausgefüllt, welche in der folgenden Nacht so hart wie Granit zusammenfroren In der Tat sank die Temperatur unter Einwirkung des Ostwinds auf 12 Grad Am folgenden Morgen um 7 Uhr hielt sich der Vorwart mit geheizter Maschine bereit, den geringsten Ausweg zu benutzen Johnson erhielt Auftrag, die Mine anzuzünden, die Lunte war so berechnet, dass sie eine halbe Stunde zu brennen hatte, bevor das Feuer zum Pulver gelangte Johnson hatte daher hinreichend Zeit, wieder an Bord zu kommen, und er war auch schon 10 Minuten nach Ausführung seines Auftrags wieder an seinem Posten Die Mannschaft befand sich auf dem Verdeck, das Wetter war, nachdem es aufgehört hatte zu schneien, trocken und ziemlich hell Hatteras stand mit Schänden auf der Kompanie, und der Doktor zählte die Minuten auf seinem Chronometer Um 8.35 Uhr hörte man eine dumpfe Explosion, die weit weniger laut war, als man vorausgesetzt hatte Die äußere Gestalt der Berge änderte sich, wie bei einem Erdbeben, plötzlich, dicker, weißer Rauch drang in beträchtlicher Höhe in die Lüfte Die Seiten des Eisbergs zerspalteten sich in langen Rissen, und sein oberer Teil wurde weit fortgeschleudert, sodass seine Trümmer um den Vorwart umher niederfielen Aber der Weg war noch nicht frei, ungeheure Eisstücke blieben auf die benachbarten Berge gelagert in der Luft schweben, und ließen befürchten, sie möchten herabfallend die Öffnung wieder schließen Hatteras erkannte mit einem Blick, was Not tat Wollsten, rief er Der Waffenschmied erschien Kapitän Laden Sie das Geschütz auf dem Vorderteil dreifach, sagte Hatteras, und stoßen Sie die Ladung möglichst stark Also wollen wir das Gebirge mit Kanonenkugeln angreifen, fragte der Doktor Nein, erwiderte Hatteras, das ist unnötig Keine Kugel, Wolsten, sondern dreifache Ladung Pulver Aber rasch Nach einigen Minuten war die Ladung vollzogen Was will er ohne Kugeln ausrichten? Brummte Schenden Das wird sich zeigen, erwiderte der Doktor Wir sind fertig, Kapitän, rief Wolsten Gut, erwiderte Hatteras Brummton Rief er dem Maschinisten zu, Achtung Einige Schritte voran Brummton öffnete die Schieber, und die Schraube setzte sich in Bewegung, der Vorwart fuhr nahe zu dem gesprengten Berg heran Richten Sie wohl auf den Fahrpass, rief der Kapitän zum Waffenschmied Derselbe gehorchte, als die Brigg nur noch eine halbe Kabellänge entfernt war, rief Hatteras Feuer Es erfolgte ein furchtbarer Knall, und durch die Luftbewegung erschüttert, wurden die Blöcke mit einem Mal ins Meer gestürzt Die lebhafte Erregung der Luftschichten war schon hinreichend gewesen Jetzt mit vollem Dampf, Brummton Brief Hatteras Gerade in den Fahrpass hinein, Johnson Johnson hielt das Steuer, die Brigg, vom Dampfgetrieben drang mitten durch die nun offene Bahn Es war hohe Zeit Kaum war der Vorwart hindurchgefahren, so schloss sich die Öffnung wieder Es war ein ängstlicher Moment, und es befand sich an Bord nur ein einziges ruhiges und festes Herz, der Kapitän Darum brach auch die Mannschaft, in freudigem Staunen über das Gelingen, in den einstimmigen Ruf aus Hurra für John Hatteras 14. Kapitel Zur Auffindung Franklin's Mittwochs, den 23. Mai, setzte der Vorwart seine abenteuerliche Fahrt fort, indem er mitten zwischen den Eisblöcken und Eisbergen geschickt lavierte, dank der fügsamen Dampfkraft Welche so vielen Polarmerfahrern abging, es schien für ihn ein Spiel inmitten der schwimmenden Klippen Es war, als erkenne er die Hand des erfahrenen Herrn, und gleich einem Ross unter einem geschickten Reiter war er dem Gedanken seines Kapitäns dienstbar Die Temperatur war wieder im Steigen Das Thermometer zeigte um 6 Uhr früh 26 Grad, um 6 Uhr abends 29 und um Mitternacht 25 Es wehte ein leichter Südwest Donnerstags um 3 Uhr morgens kam der Vorwart gegenüber der bei Possession an der Küste Amerikas beim Anfang des Lancastersunds, glatzköpfiger Mann Kap Burney Es fuhren einige Eskimos auf das Schiff zu, aber Hatteras nahm sich nicht die Zeit auf sie zu warten Die das Kap Liverpool beherrschenden Spitzen bei Martin, welche man links ließ, verloren sich im Abendnebel Dieser hinderte auch das Kap High aufzunehmen, dessen übrigens sehr niedrige Spitze sich unter den Eisblücken der Küste verlor, ein Umstand Welcher die hydrographische Bestimmung der Polarmeere oft sehr schwierig macht Die Sturmvögel, Enken, Weißen Möwen zeigten sich in sehr großer Zahl Die Breite betrug 74 Grad 01, die Länge 77 Grad 15 Die beiden Berge Katharine und Elisabeth ragten mit ihren Schneekappen über dem Gewölk empor Freitags um 6 Uhr fuhr man Kap Warender auf der rechten Küste der Meerenge vorüber, auf der linken vor Admiralty Inlet, einer von den Seefahrern, die westwärts eilten Noch wenig untersuchten bei Das Meer wogte stark, sodass oft das Verdeck der Brigg von den Wellen bespült und mit Eisstücken besprengt wurde Das Land der Nordküste bot den Blicken merkwürdige Ansichten dar mit fast waagerechten Hochflächen, welche die Sonnenstrahlen zurückwarfen Hatteras wäre gern längst den Nordländern gefahren, um desto eher zur Bich-Insel und der Einfahrt des Wellington-Kanals zu gelangen Aber eine zusammenhängende Eisdecke nötigte ihn, zu großem Bedauern, sich südlicher zu halten Aus diesem Grunde befand sich am 26. Mai, mitten im Nebel mit Schneegestöber Der Vorwirt dem Kap York gegenüber, ein großes und steiles Gebirge machte es kenntlich, da das Wetter ein wenig heller geworden Es zeigte sich gegen Mittag eine Weile die Sonne, sodass man ziemlich gute Beobachtung anstellen konnte 74 Grad 4, Breite und 84 Grad 3, Länge Der Vorwirt befand sich demnach am Ende des Linkester-Sundes Hatteras zeigte dem Doktor auf den Karten den Weg, welchen er einschlug und verfolgen wollte Die Lage der Brick war in dem Augenblick interessant Es wäre mir lieber, sagte er, wir befinden uns weiter nördlich, aber nach dem Unmöglichen muss man nicht streben Sehen Sie genau unsere Lage Es war nicht weit vom Kap York Wir befinden uns mitten in dem nach allen Richtungen hin offenen Kreuzungspunkt, welcher durch die Mündungen des Linkestersunds, der Barostraße des Wellington-Kanals und der Regentendurchfahrt gebildet wird An diesen Punkt müssen notwendig alle Befahrer dieser Meere kommen Nun, erwiderte der Doktor, da mussten sie in Verlegenheit kommen, denn es ist wirklich ein Kreuzpunkt, wie sie sagen, wo vier Hauptstraßen zusammenlaufen, und es sind da keine Wegweiser Wie haben es da die Pari, Ross und Frenklin gemacht? Sie haben gar nichts gemacht, Doktor, sie haben gewähren lassen, sie hatten sicherlich keine Wahl, bald verschloss sich dem einen die Barostraße, welche im folgenden Jahr einem anderen offen war Bald wurde das Schiff unausweichlich in die Regentendurchfahrt hingeführt Aus alledem ergab sich durch die Gewalt der Dinge zuletzt eine genauere Kenntnis der hier so verwickelten Meere Was für ein sonderbares Land, sagte der Doktor mit einem Blick auf die Karte Wie ist da alles ausgezackt, zerrissen, zerfetzt, ohne alle Ordnung und Gedankeneinheit? Es hat den Anschein, als seien die Länder in der Nähe des Nordpols nur deshalb so zerstückelt, um die Annäherung schwieriger zu machen Während auf der anderen Hemisphäre sie in milden und glatten Spitzen auslaufen, wie das Kap Horn, das der Guten Hoffnung, und der indischen Halbinsel Liegt der Grund dieser Gestaltungen etwa in der raschen Rotationsbewegung unterm Äquator, während das Land in der Umgebung der Pole, als es in der Urpoche noch flüssig war, sich nicht so verdichten? Aneinander anschichten konnte, wegen geringerer Rotationskraft? Das muss wohl der Grund sein, denn alles in der Welt hat seine gesetzmäßige Regel, und es ist nichts ohne hinreichende Gründe entstanden, welche Gott bisweilen den Gelehrten zu erforschen gestattet Also, Doktor, machen Sie Gebrauch von dieser Gewährung Ich werde leider darin bescheiden sein, Kapitän Aber was herrscht für ein entsetzlicher Wind in dieser Straße? Fügte der Doktor bei, indem er sich so viel als möglich einwickelte Ja, der Nordwind tobt da zumeist, und treibt uns aus unserer Bahn Er sollte jedoch zwar die Eisblöcke südwärts treiben, aber sonst nicht die Bahn stören Er sollte wohl Doktor, aber der Wind tut nicht immer seine Schuldigkeit Sehen Sie, diese Eisdecke scheint undurchdringlich Kurz, wir wollen versuchen, bis zur Insel Griffith zu kommen, dann um die Insel Cornwallis zu fahren, um den Kanal der Königin zu erreichen, ohne durch den Wellington-Kanal zu fahren Und inzwischen will ich durchaus an der Insel Bichy landen, um meinem Kohlenvorrat zu ergänzen Wieso? Erwiderte der Doktor erstaunt Allerdings, auf Befehl der Admiralität sind dort große Vorräte gelagert, um künftige Expeditionen damit zu versehen Und obwohl der Kapitän McClintock im August 1859 davon mitgenommen hat, so versichere ich Sie, dass noch welche für uns vorhanden sind In der Tat, sagte der Doktor, sind diese Gegenden während 15 Jahren untersucht worden, und bis zu dem Tag, wo man den unzweideutigen Beweis vom Untergang Franklins erhielt Hat die Admiralität stets fünf bis sechs Schiffe in diesen Meeren unterhalten? Irre ich nicht, so ist selbst die Insel Griffith, welche ich da auf der Karte sehe, fast mitten auf der Kreuzung, zu einem allgemeinen Renn des Vos der Seefahrer geworden Seustes in Wahrheit, Doktor, und die unglückliche Expedition Franklins hatte zum Resultat, dass wir mit diesen fernen Gegenden näher bekannt wurden Sie haben Recht, Kapitän, denn seit 1845 haben zahlreiche Unternehmungen stattgefunden Seit 1848 war man über das Verschwinden des Erebus und Terror, der beiden Schiffe Franklins, unruhig Man sah damals den alten Freund des Admirals, Doktor Richardson, der schon im siebenzehsten Jahre stand, nach Canada eilen und dem Kupferminenfluss entlang bis zum Polarmeer drängen So dann ist James Ross, Kommandant der Entreprise und des Investigator, im Jahre 1848 zu Aparnavik-Untersegel gegangen und bis zum Kap York, wo wir uns eben befinden, gekommen Er warf tagtäglich eine Tonne mit Papieren ins Meer, welche den Zweck hatten, seinen Aufenthalt bekannt zu geben, während des Nebels höchste er Kanonen Bei der Nacht ließ er Raketen werfen und bengalische Feuer anzünden und fuhr dabei immer mit wenig Segeln Zuletzt überwinterte er 1848 auf 1849 im Hafen Leopold Hier ließ er eine große Zahl weißer Füchse einfangen und ihnen kupferne Halsbänder anschmieden, worauf die Angabe vom Aufenthaltsort der Schiffe und der Niederlage von Lebensmitteln eingegraben war Und, ließ diese Füchse nach allen Richtungen laufen Nachher im Frühling fing er an, die Küste von No Somerset auf Schlitten zu untersuchen, inmitten von Gefahren und Entbehrungen, wodurch fast seine gesamte Mannschaft krank oder verstümmelt wurde Er richtete kleine Steinpyramiden, worin er kupferne Röhren bag mit den erforderlichen Notizen, um die Leute der verlorenen Expedition wieder zu sammeln Während seiner Abwesenheit durchforschte sein Lieutenant McClure erfolglos die Nordküsten der Barou-Straße Bemerkenswert ist, Kapitän, dass James Ross unter seinem Befehl zwei Offiziere hatte, welchen später berühmt zu werden beschieden war, McClure, welcher die nordwestliche Durchfahrt entdeckte Und McQuintock, welcher die Reste Franklins auffand Jetzt zwei tüchtige, wackere Kapitäne, zwei brave Engländer Verfolgen Sie weiter, Doktor, die Entdeckungsgeschichte dieser Meere, worin Sie so bewandert sind, man kann bei der Erzählung dieser kühnen Unternehmungen stets etwas lernen Also, um mit James Ross fertig zu werden, habe ich noch hinzuzufügen, dass er noch weiter westlich die Insel Melville zu erreichen trachtete Aber er war nahe daran, seine Schiffe zu verlieren, blieb zwischen den Eisblücken stecken und wurde wie der Willen ins Buffinsmeer getrieben Zurückgetrieben, sagte Hatteras mit Stirnrunzeln, wie der Willen zurückgetrieben Er hatte nichts aufgefunden, fuhr der Doktor fort Seit diesem Jahr 1850 wurden jene Meere unablässig von englischen Schiffen befahren, und es wurde eine Prämie von 20.000 Pfund einem jeden zugesagt Welcher die Mannschaften des Erebus und Terror auffände Bereits im Jahre 1848 versuchten die Kapitäne Kellett und Moore, Kommandanten des Herald und Plover, durch die Beringsstraße zu drängen Ich habe weiter beizufügen, dass der Kapitän Austin während 1850 bis 1851 auf der Insel Cornwallis überwinterte Der Kapitän Penny auf der Assistanz und Resolute den Wellington-Kanal erforschte Der alte John Ross, der Held des magnetischen Pols, aus seiner Yacht Felix nochmals zur Auffindung seines Freundes ausfuhr, die Brick Prinz Albert eine erste Fahrt auf Kosten der Lady Franklin machte Und endlich zwei von Grinnell ausgerüstete amerikanische Schiffe unter dem Kapitänhaven, aus dem Wellington-Kanal heraus in den Lancaster-Sund zurückgeworfen wurden Während dieses Jahres drang Mac Clintock, damals Austin's Lieutenant, bis zur Insel Melville und dem Cap Dundas, jener äußersten von Paris im Jahre 1819 erreichten Punkte vor Und fand auf der Insel Bichy Spuren der Überwinterung Franklins im Jahre 1845 Ja, erwiderte Hatteras, drei seiner Matrosen waren dort beerdigt worden, und diese drei Mann waren glücklicher daran als die anderen Von 1851-1852, vor der Doktor, der Bemerkung des Kapitän Hatteras zustimmend, fort, sehen wir den, Prinz Albert, eine zweite Fahrt mit dem französischen Lieutenant Bellot vornehmen Er überwinterte in der Betty B. in der Prinz-Regenten-Straße, erforschte den Südwesten von Somerset und untersuchte ihre Küste bis zum Kap Walker Währenddessen wurde die Entreprise und der Investigator, als sie nach England zurückkamen Unter den Befehl Collinsons und Mac Clures gestellt und vereinigten sich mit Kellett und Moore in der Behringsstraße Collinson kehrte zur Überwinterung nach Hongkong zurück, in des Mac Clure vorwärts drang, und nach dreimaligem Winter auf Enthalt, 1850-1851 1851-1852 und 1852-1853 die nordwestliche Durchfahrt entdeckte, ohne über Franklins Schicksal etwas erfahren zu können Von 1852 bis 1853 wurde eine neue Expedition, aus drei Siegelschiffen, Assistent, Resolute und Nostar, nebst zwei Dampfbooten, Pionier und Intrepide bestehend Unter dem Oberkommandierenden Sir Edward Belcher und dem Kapitän Kellett als Unterbefehlshaber, ausgesendet Sir Edward besuchte den Wellington-Kanal, überwinterte in der bei Nordhumberland und befuhr die Küste, während Kellett bis Britport auf der Insel Melville weiter dringend Diesen Teil der Nordländer ohne Erfolg durchforschte Damals aber verbreitete sich in England das Gerücht, es seien zwei, mitten zwischen den Eisblöcken verlassene Schiffe unweit der Küsten Neuschottlands gesehen worden Sogleich rüstete Lady Franklin den kleinen Schraubendampfer Isabella aus, und der Kapitän Inglefield fuhr die Buffins bei hinauf bis zur Spitze Victoria unterm 80. Breitegrad Und kam ohne weiteren Erfolg zur Insel Bichy zurück Zu Anfang 1855 wendete der Amerikaner Grinnell die Kosten für eine neue Expedition auf, und der Dr. Cain suchte bis zum Pol vorzudringen Aberer hat es nicht dahin gebracht, rief Hatteras heftig, und Gottlob Was er nicht fertig brachte, werden wir zustande bringen Ich weiß es, Kapitän, und ich rede nur deshalb von dieser Expedition, weil sie notwendig an die Bestrebungen, Franklin aufzusuchen, sich anschließt Übrigens führte sie auch zu keinem Resultat Ich hätte beinahe vergessen anzuführen, dass die Admiralität, indem sie die Insel Bichy als die allgemeine Versammlungsstätte der Expeditionen ansah, im Jahre 1853 den Dampfer Phönix Kapitän Inglefield, beauftragte, Vorräte dahin zu schaffen Dieser Seemann begab sich nebst dem Lieutenant Bellot dahin, und verlor diesen wackeren Offizier, welcher zum zweiten Mal England seiner eifrigen Dienste widmete Wir können über diese Katastrophe umso genauer die Umstände erfahren, als unser Rüstmeister Johnson Zeuge dieses Unglücks war Der Lieutenant Bellot war ein wackerer Franzose, sagte Hatteras, und sein Andenken ist in England geehrt Darauf, fuhr der Dr. Ford, fingen die Schiffe des Geschwaders Belcher an allmählich zurückzukehren Nicht alle, denn Sir Edward musste 1854 die Assistanz ebenso zurücklassen, wie McClure 1853 den Investigator Unterdessen meldete der Dr. Ray in einem Schreiben vom 29. Juli 1854, aus der Repulse bei, wohin er durch Amerika gekommen war, datiert, die Eskimos des König-Wilhelm-Landes besäßen verschiedene Gegenstände, welche vom Erebus und Terror her rührten Nun war kein Zweifel über das Schicksal der Expedition mehr möglich, der Phönix, Nostar, und Collinsons Schiff kehrten heim nach England In den Nordpolarmeeren befand sich kein englisches Schiff mehr Aber schien die Regierung auch alle Hoffnung aufgegeben zu haben So hielt Lady Franklin noch an der Hoffnung fest und rüstete mit den Resten ihres Vermögens den Fox aus unter dem Kommando McClintox Er fuhr 1857 ab, überwinterte in den Gegenden, wo sie sich uns zu erkennen gaben, Kapitän, gelangte am 11. August 1858 zur Insel Bichy, überwinterte zum zweiten Mal in der Straße Bellot, setzte sein Forschen im Februar 1859 fort, entdeckte am 6. Mai das Dokument, welches über das Schicksal des Erebus und Terror keinen Zweifel mehr ließ, und kam zu Ende desselben Jahres nach England zurück Dieses alles ist während 15 Jahren in diesen unheilvollen Gegenden vorgegangen, und seit der Rückkehr des Fox hat kein englisches Schiff mehr es unternommen Inmitten dieser gefahrvollen Meere das Schicksal zu versuchen Nun, so wollen wir es versuchen, erwiderte Hatteras 15. Kapitel Der Vorwärts südwärts zurückgetrieben Gegen Abend hältte sich die Witterung auf und man konnte klarer das Land zwischen dem Kap Sepping und Kap Clarens unterscheiden, welches ostwärts, dann südlich hinausläuft Und durch eine ziemlich niedere Landzunge mit der Westküste in Verbindung steht Das Meer war bei der Mündung der Regentenstraße frei von Eis Aber als wolle es dem Vorwärts die Fahrt nach Norden versperren, bildete es über dem Hafen Leopold hinaus eine undurchdringliche Eisdecke Hatteras, dem dies sehr unlieb war, ließ es jedoch nicht merken und nahm seine Zuflucht zu Petarden, um die Einfahrt zum Hafen Leopold mit Gewalt zu bahnen Er lief zu Mittag am Sonntag, den 27. Mai in denselben ein, die Brick wurde auf großen Eisbergen, welche so hart und fest wie Felsen waren, geankert Sogleich sprangen der Kapitän, nebst dem Doktor, Johnson und dem Hund Duke auf das Eis und begaben sich von da unverzüglich ans Land Duke machte vor Freude lustige Sprünge Übrigens war er, seit der Kapitän sich zu erkennen gegeben, sehr gesellig und sanft geworden, und gräute nur einigen von der Mannschaft, welche sein Heer ebenso wenig, wie er, leiden mochte Der Hafen war von den Eisblücken frei, welche die Ostwände gewöhnlich davor aufschichten, das steil abschüssige Land hatte eine Schneedecke mit zirlig wellenförmigen Gipfeln Das von James Ross errichtete Gebäude mit einem Fanal war noch ziemlich wohl erhalten Aber die Vorräte schienen von den Füchsen und selbst Bären, deren frische Spuren man noch sah, gepündert worden zu sein Auch Menschenhände mussten bei der Zerstörung sich beteiligt haben, denn es waren am Ufer derbei einige Reste von Eskimo-Hüten zu sehen Die sechs Gräber mit Seeleuten der Entreprise und des Investigator waren an einer leichten Erhöhung des Bodens zu erkennen, sie waren von Menschen und Tieren unbeschädigt gelassen worden Als der Doktor zum ersten Mal den nordländischen Boden betrat, war er wahrhaft gerührt Sehen Sie hier, sprach er zu seinen Gefährten, James Ross nannte diesen Ort selbst eine Zufluchtsstätte Wäre Franklins Expedition bis dahin gekommen, so wäre sie geborgen gewesen Dort ist die hier zurückgelassene Maschine und der auf der Plattform errichtete Ofen, woran die Mannschaft des Prinz Albert im Jahre 1851 sich wärmte Es ist alles in dem nämlichen Zustand geblieben, dass man glauben könnte, sein Kapitän Kennedy habe diesen gastlichen Hafen erst gestern verlassen Da ist die Schaluppe, welche ihm und den seinigen einige Tage Schutz gewährte, denn dieser Kennedy verdankte, als er von seinem Schiff getrennt war, dem Lieutenant Bellot, welcher Um ihn aufzufinden der Oktoberkälte trotzte, wahrhaft seine Rettung Ein wackerer, verdienter Offizier, den ich gekannt habe, sagte Johnson Während der Doktor mit dem Eifer eines Altertumsforschers die Spuren der vorhergehenden Überwinterung aufsuchte, war Hatteras bemüht, die Lebensmittel und das Brennmaterial zu sammeln Welches sich nur in sehr kleiner Menge vorfand Am folgenden Tage brachte man sie an Bord Der Doktor streifte umher, ohne sich weit vom Schiff zu entfernen, und zeichnete die merkwürdigsten Ansichten Allmählich stieg die Temperatur, der aufgehäufte Schnee fing an zu schmelzen Der Doktor machte eine vollständige Sammlung des nordischen Gefügels, als Möwen, Taucher, Eiderenten, von denen einige bereits sich am Bauch der Eiderdaunen beraubt hatten Um ihr Nest damit auszufüttern Der Doktor gewahrte auch große Robben, welche zum Luftschöpfen an die Oberfläche des Eises kamen, aber herausbekommen konnte er keine derselben Bei seinen Ausflügen entdeckte er den Ebbe und Flutstein mit den eingegrabenen Zeichen Welche das Vorbeifahren der Entreprise und des Investigator bezeichnen Er drang vor bis zum Cap Clarence, der nämlichen Stelle, wo John und James Ross im Jahre 1833 so ungeduldig das Aufgehen des Eises erwartet hatten Der Boden war mit Gebeinen und Schädeln von Tieren bedeckt, und man konnte noch die Spuren von Eskimo-Wohnungen erkennen Der Doktor hatte im Sinne gehabt, im Hafen Leopold ein Steindenkmal zu errichten mit einer Notiz von der Fahrt des Vorwärts und dem Zweck der Expedition Aber Hatteras war dem förmlich entgegen, er wollte nicht Spuren hinter sich lassen, welche ein Konkurrent hätte benutzen können Ungeachtet seiner guten Gründe musste der Doktor dem Willen des Kapitäns sich fügen Schenten tadelte zumeist diesen Eigensinn, denn im Fall eines Unglücks hätte kein Fahrzeug dem Vorwärts zu Hilfe kommen können Hatteras wollte diesen Gründen nicht Rechnung tragen Da seine Ladung am Montagabend fertig war, machte er noch einmal den Versuch, nach Sprengung der Eisdecke nordwärts zu dringen Aber nach gefährlichen Versuchen musste er sich entschließen, den Regenten-Kanal wieder hinabzufahren Um keinen Preis wollte er im Hafen Leopold bleiben, da er heute offen, morgen durch eine unerwartete Verschiebung der Eisfelder eingeschlossen sein konnte Wenn Hatteras seine Besorgnisse nicht merken ließ, so empfand er sie doch innerlich sehr stark Er wollte nordwärts dringen und sah sich gezwungen südwärts zurückzuweichen Wohin sollte er dergestalt kommen? Sollte er bis zu Victoria Harbour im Golf Botia weichen, wo Sir John Ross 1833 überwinterte? Sollte er die Bellot-Straße dann frei finden und um Nord-Sommer-Set herum durch die Peel-Straße wieder nordwärts fahren? Oder würde er, gleich seinen Vorgängern mehrere Winter hier in Gefangenschaft stecken, genötigt seine Kräfte und Vorräte da aufzuzehren? Diese Besorgnisse peinigten ihn, aber er musste einen Entschluss fassen Er wendete sein Schiff und fuhr südwärts Der Prinzregent-Kanal ist vom Hafen Leopold an bis zur Bay Adelaide fast gleichmäßig breit Der Vorwirt fuhr rasch zwischen Eisblüten mitten hindurch und war besser daran, als die vorherigen Schiffe, welche meistens einen vollen Monat brauchten, um diesen Kanal herabzufahren Selbst in besserer Jahreszeit Allerdings hatten diese Fahrzeuge, Fox ausgenommen, nicht den Dampf zur Verfügung, sodass sie den Launen eines ungewissen und oft widrigen Windes ausgesetzt waren Die Mannschaft zeigte sich im Allgemeinen hoch erfreut, aus den nördlichen Regionen herauszukommen Der Plan, nach dem Pool zu dringen, schien wenig nach ihrem Geschmack Sie erschraken leicht über Hatteras Entschließungen, denn der Ruf seiner Kühnheit konnte sie wenig beruhigen Hatteras suchte alle Gelegenheiten vorwärts zu kommen, ohne alle Rücksicht auf die Folgen zu benützen Und doch ist's in den Nordmeeren zwar gut vorwärts zu dringen, aber man muss auch seine Lage behaupten und sich nicht in Gefahr bringen, sie wieder aufgeben zu müssen Der Vorwirt fuhr mit vollem Dampf, und sein schwarzer Rauch wirbelte spiralförmig über den glänzenden Spitzen der Eisberge Das Wetter wechselte unaufhörlich in raschem Übergang aus trockener Kälte zu schneigem Nebel Die Brick, von schwacher Wassertiefe, streifte nächst der Westküste Hatteras wollte die Einfahrt der Bellotstraße nicht verfehlen, denn der Golf-Botja hat im Süden sonst keine Ausfahrt, als die wenig gekannte Fury- und Häklerstraße So dass dieser Golf zur Sackgasse wurde, wenn die Bellotstraße verfehlt wurde oder unfahrbar war Am Abend befand sich der Vorwirt gegenüber der bei Elvin, welche man an ihren hohen senkrechten Felsen erkannte Am Dienstag früh gewahrte man die bei Betty, wo sich am 10. September 1851 der Prinz Albert für eine lange Überwinterung festankerte Der Doktor beobachtete mit seinem Fernrohr die Küste lange mit Interesse Von diesem Punkt gingen ringsher die Ausflüge aus, welche die geografische Gestalt von Nord-Sommerset feststellten Die Witterung war klar, so dass man die tiefen Schluchten, wovon die bei umgeben ist, unterscheiden konnte Der Doktor und Johnson waren vielleicht die einzigen, welche an diesen ödengegenden Interesse hatten Hatte Ras stets über seine Karten gebeugt, sprach wenig, seine Schweigsarmkeit wuchs, je weiter die Brick nach Süden kam Er stieg oft auf die Campany, wo er, die Arme gekreuzt, den Blick im weiten Raum verloren, ganze Stunden lang den Horizont betrachtend verweilte Seine Befehle, wenn er welche gab, waren kurz und barsch Shenton beobachtete kaltes Schweigen, und indem er sich allmählich in sich selbst zurückzog, sprach er mit Hatte Ras nur noch, was der Dienst verlangte James Wye blieb Shenton ergeben, und richtete sein Verhalten nach dessen Beispiel Der übrige Teil der Mannschaft wartete die Ereignisse ab, bereit, sie in eigenem Interesse zu benutzen Es fand an Bord nicht mehr jener Einheit der Gedanken, jener Gemeinsamkeit der Ideen statt, welche für die Ausführung großer Dinge so nötig ist Hatte Ras wusste es wohl Man sah im Laufe dieses Tages zwei Wallfischer rasch südwärts treiben, desgleichen gewahrte man einen weißen Bären, der mit einigen Flintenschüssen begrüßt wurde, ohne Erfolg, schien es Dem Kapitän war unter diesen Umständen eine Stunde Zeit viel zu kostbar, als dass er die Verfolgung dieses Tieres gestattete Am Mittwoch früh war man über das Ende des Regentenkanals hinaus, an die Ecke der Westküste schloss sich eine tiefe Krümmung des Landes Der Doktor erkannte mittels der Karte die Spitze Sommersethaus oder die Führerspitze Hier an dieser Stelle, sagte er zu seinem Genossen, ist das erste englische Schiff, welches sie 1815 bei Paris' dritter Nordpolfahrt in diese Meere schickten, zugrunde gegangen Die Fury hatte bei ihrem zweiten Winteraufenthalt dermaßen von den Eisblöcken gelitten, dass die Mannschaft sie zurücklassen und auf dem Geleitschef hier klar nach England zurückkehren musste So ein Geleitschef ist doch offenbar ein großer Vorteil, sagte Johnson Eine solche Vorsicht sollten die Nordpolfahrer nicht versäumen, aber der Kapitän Hatteras wollte sich nicht mit einem Gesellschafter befassen Halten Sie ihn für unvorsichtig, Johnson? Fragte der Doktor Ich, es steht mir darin kein Urteil zu, Herr Klabony Sehen Sie da an der Küste die Pfosten, worauf noch einige Fetzen eines halb verfaulten Zeltdaches hängen Ja, Johnson, hier lud Paris alle Vorräte seines Schiffes aus Und wenn ich mich recht entsinne, so bestand das Dach des Gebäudes, welches er errichtete, aus einem mit dem laufenden Takelwerk der Fury befestigten Marssegel Das musste seit 1825 wohl anders werden Nicht sehr, Johnson Im Jahre 1829 fand John Ross in dieser gebrechlichen Städte ein Obdach für seine Mannschaft, worunter sie ihre Gesundheit wiederfand und gerettet wurde Im Jahre 1851, als vom Prinz Albert aus ein Ausflug dahin gemacht wurde, bestand das Gebäude noch, der Kapitän Kennedy ließ es vor neun Jahren wieder ausbessern Es wäre interessant, einen Besuch da zu machen Aber der Kapitän Hatteras hat nicht Lust sich aufzuhalten Und da hat unstreitig Recht, Herr Klaboni Sagt man in England, Zeit ist Geld, so heißt es hier, Zeit ist Rettung Und um einen Tag, selbst eine Stunde Verspätung setzt man sich der Gefahr aus, seinen Reisezweck zu verfüllen So lassen wir ihn denn nach seiner Weise verfahren Im Verlaufe des 1. Juni, Donnerstags, wurde vom Vorwort die bei Creswell diagonal durchschnitten Von der Führerspitze an zog sich die Küste nordwärts mit 300 Fuß hohen senkrechten Felsen, südwärts ward sie niedriger Einige Gipfel ließen scharf geschnittene Hochflächen erkennen, während andere wunderlich geformt als spitze Pyramiden in den Nebel emporragten Das Wetter wurde diesen Tag über milder, aber auch trüber, man verlor die Küste aus den Augen, das Thermometer stieg bis auf 32 Grad Einiges Gefögel flatterte hier und da, und scharen wilder Gänse zogen nordwärts, die Mannschaft musste sich eines Teiles ihrer Kleider entledigen Man spürte die Wirkung der Sonne in den Polargegenden Gegen Abend fuhr der Vorwärts, eine Viertelmeile von dem Ufer entfernt bei einer Tiefe von 10 bis 12 Ellen um das Kap Garry herum und von da an dicht längs der Küste bis zur Baybrennt fort Unter dieser Breite musste sich die Bellwood-Straße finden, welche James Ross 1828 nicht wahrgenommen zu haben scheint Seine Karten zeigen in der Tat eine nicht unterbrochene Küstenstrecke, deren geringste Einzelheiten er sonst sorgfältig angibt Man muss also annehmen, dass zur Zeit seiner Untersuchung die Bay mit einer festen Eisdecke versperrt und von dem Lande durchaus nicht zu unterscheiden war Diese Straße wurde nun wirklich von Kennedy im April 1852 bei einem Ausflug entdeckt und ihr der Name des Leuthen ans Bellwood gegeben Als Tribut der Anerkennung der ausgezeichneten Dienste dieses Franzosen Danke, dass ihr mir zugehört habt Es macht mir Spaß, so Videos zu machen Gefallen sie euch denn? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Kommentar da lassen könntet, wie ihr das Video findet Dann sage ich doch bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören Gefallen sie euch an, wenn ihr euchbyt habt Da sind nicht bei dir, Action. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch vorhin